Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Rund 40 Nepalesen kommen im Sommer nach Tirol, um das Handwerk des Hüttenwirts zu erlernen. Möglich macht das seit sechs Jahren die Nepal-Hilfe Tirol. Ein kräftiges Namaste ist der Startschuss für das interkulturelle Abenteuer. Jetzt schauen wir uns noch rüber. Unsere erste Station sind die Stubayer Alpen. Nach einem halbstündigen Fußmarsch haben Hüttenwirtin Ingrid und Lackpa die Pforzheimer Hütte erreicht. Vier Monate werden sie hier gemeinsam verbringen. Eine grosse Herausforderung, vor allem für die jungen Nepalesen, kommt sie doch aus einer völlig anderen Kultur. Ich war selber drüben, Radlfang, und habe sie eben kennengelernt als wirklich sehr fröhliches Volk. Immer ein Lächeln drauf, nicht aus der Ruhe zu bringen, ganz gleich was ist. Und man hat aber selber gesehen, dass die wirklich Hilfe auch brauchen. Einfach sich selber da was aufbauen können. Und wenn sie das da sehen, dass bei uns vielleicht geführt wird, ist es sicher kein Fehler, weil es gibt dann schon noch Missstände. Für Lackpa ist vieles neu und alles irgendwie anders. Das sind die Wäscheklammern. Und dann können wir aufhängen. So. Die Sprache ist anders. Die Leute sind anders. Das Essen ist anders. Es ist alles ganz anders. Zur selben Zeit auf der Höttinger Alm, über den Dächern der Landeshauptstadt Innsbruck. Vom lieben Vieh beobachtet, gilt hier ein eingespieltes Team an das Werk. Hüttenwirt Bernhard und der gelernte Zimmermann Kurba arbeiten bereits die dritte Saison zusammen. Kurba hat in Nepal ein halbes Dutzend Kinder zu versorgen und kann das Geld, das er im Sommer in Tirol verdient, gut gebrauchen. So. Das ist unsere Aorta. Das ist die Harte auf der Alen. Du kannst mit der Warte noch rein. Ja. We have to fix now here. Okay. Und ja, das heißt, das shouldn't be inside. Die halten aber gegen. Ja, super. Der Kurber ist gelernter Tischler. Das habt ihr eh schon gesehen. Er bringt einen Nagel auch bei Wind hinein. Und ich, ja, ich kann da, ja, ich lass mir gern die Arbeit abnehmen. Wir sind ja in unserer Wegwerfgesellschaft, ja, alte Latten weg, neue hin. Er versucht, die Salaten wieder zu reparieren oder noch zu stückeln oder noch ein bisschen eben wieder hinzukriegen. Zäune reparieren ist das eine. Die fremde Sprache das andere. Als ich zum ersten Mal hier war, habe ich die Sprache überhaupt nicht verstanden und ich wusste einfach nicht genau, was zu tun ist. Aber im Laufe der Zeit hat mir der Chef alles erklärt und heute habe ich keine Probleme mehr. The only learning now is not a much problem. Der Buben sprachlich haben wir ihn schwer verstanden. Wir sind da langsam zusammengewachsen. Und gerade das, was langsam wächst, ist ja viel besser als wie beim Wetter. Wenn es schnell aufreist, ist es ja wieder schnell schlecht. Und wenn das hochkommt, kommt immer langsam, das gute Hoch. Und er gehört absolut zur Familie. Das passt. Die Wiedersehensfreude wird auf der Hettinger Alm mit Gerstensaft begossen, was Sentimentales und Philosophisches mit sich zieht. Das, was ganz wichtig ist, und das haben wir vom Buben gelernt, wir leben nicht morgen, wir leben nicht gestern, wir leben heut. Und morgen leben wir wieder heut, und wieder heut und heut. Und das ist was, was bei uns ziemlich verloren gegangen ist. Wir leben entweder in der Vergangenheit oder irgendwo weit in der Zukunft, aber wir leben nie jetzt. Und das hat er uns beigebracht. Wir leben heute. Und wenn da draußen einer jammert, weil er schreit, er verhungert, dann muss ich nur sagen, er soll mal irgendwo hingehen, wo die Leute wirklich verhungern. Ja. Nur weil er zehn Minuten auf seine Kniddelsuppen warten muss. Das ist jetzt die Tiroler Fahne. Und die nepalesische. Damit jeder weiß, der Buben ist back. Und die geht hier mitließ. Unterschiedlich kann der Frühsommer in den österreichischen Alpen aussehen. Hüttenwirt Peter und der 24-jährige Nauwang sind auf dem Weg zur höchstgelegenen Schutzhütte Österreichs auf über 3.400 Metern. Für den Studenten aus Kathmandu ist die Höhe kein Problem, arbeitet er doch schon seit mehreren Jahren in Nepal als Bergführer. So, Nauwang. Führer hier an der Axt, bedeckte Rob. Ich glaube, der hat die bessere Konditionen wie ich. Er ist auch die Höhe besser geworden. Für mich ist der Beginn der Saison. Und er ist doch doch schon zu Hause einige Trekkingtouren gegangen, auf eine Höhe von 6.000 Metern hoch. Und das ist natürlich für ihn dann keine große Schwierigkeit, da rauf zu gehen. Ja, es ist einfach. Es ist nicht so schwer für die Glampe. Ist es okay? So, Nauwang. Wir sind hier. Bergheil. Ja. Gratulation. Super. Ja. Jetzt gehen wir rein. Okay. Es ist kalt, es ist wet. Es ist bad, es ist windig. Windig. Wett, ein bisschen wet. Ja. Aber wir gehen rein. Hier in den Bergen in Österreich sehen wir, wie man richtig mit der Umwelt umgeht, wie der Hüttenbetrieb so läuft. Und das können wir dann für uns in Nepal mitnehmen. Man ist hier einfach besser ausgestattet als in Nepal. Zum Beispiel gibt es hier die Seilbahn. Und das ist schon eine sehr, sehr gute Sache. Und hier ist, I think, we can learn more. Schauplatzwechsel. Die Brüder Krishna und Kesha haben sich auf dem Taschachhaus bereits voll akklimatisiert. Der Einsatz eines Rettungshubschraubers kann sie nicht aus der Ruhe bringen. Es scheint jemand in die Gletscherspalte da drüben gefallen zu sein. In Nepal kriegt man nicht einfach so einen Rettungshubschrauber. Vor allem nicht im Hinterland, außer man hat genug Geld. Aber normalerweise hat man keine Chance. Der Hüttenalltag auf dem Taschachhaus kann sehr stressreich sein. Nichts hilft beim Entspannen so gut. Eine Partie. Mensch, ärgere dich nicht. Das ist das Schlechte. Das ist der Unzulöse. Nein! Nur Rote. Nein, brutal. Nein, Rote. Der Krishna ist heuer das dritte Mal bei uns. Der Kesha, sein Bruder, das zweite Mal. Und die beiden seien eigentlich mehr Freunde von uns als Angestellte. Punkt. Was das Organisieren eines Hüttenbetriebes betrifft, können sich Krishna und Kesha hier einiges abschauen. Wie man cool bleibt, selbst wenn es einmal rund geht, das können wiederum die Hüttenwirte von den Nepalesen lernen. Das ist natürlich schon schwierig, wenn gerade Hektik herrscht und Stress, wenn sie mit ihrer stetigen Art und nicht dieses, so wie die Europäer gewöhnt sind, zack, zack, zack zu arbeiten. Sondern sie machen sehr kontinuierlich, aber gelassen und ruhig ihre Arbeit. Da gibt es schon manchmal so ein bisschen Reibungsverluste, wo man sich denkt, jetzt mach doch. Aber genau das tut gut, wenn man dann davon lernen kann, ein paar bisschen rauszunehmen aus dem eigenen Stress. Weil es funktioniert alles sehr gut, so wie sie es machen. Es funktioniert auch ohne Stress. Viele Leute haben nicht einmal Zeit, auch nur zwei Sekunden an andere zu denken. Ich brauche dies und das, ich brauche ein Auto und so weiter. Und dabei vergisst man sich selbst. Und auch wo man gerade steht im Leben. Ruhe zu bewahren gilt es vor allem dann, wenn die Luft dünn wird, wie auf der höchsten Schutzhütte in der Nähe. 10, 5, langsam, stopp, stopp. Jawohl, okay. Ja, okay, wir laden ab und die melden uns, sobald wir fertig sind. Ende der Weile. Für Naoang ist das die erste Saison in Tirol. Anpacken, wo Not am Mann ist, lautet die Devise. Ah, die Anschlüsse. Und ganz wichtig, wenn wir schon lange gewartet haben auf die Eier. Ohne Eier, also ohne Eier kein Apfelstrudel, keine Knödel, nix. Auf die haben wir schon schwer gewartet. Naoang ist stolz darauf, Sherpa zu sein. Was übrigens kein Synonym für Träger ist, sondern die Bezeichnung einer Volksgruppe. In die Hüttengemeinschaft ist Naoang gut integriert. Nur manchmal würde er noch gerne etwas mehr aus sich herausgehen. Alle Nepalisen, besonders das Volk der Sherpas, sind hier zurückhaltend. Hier sehe ich, dass die Leute immer miteinander reden und das ist gut. Ich selbst bin sehr schüchtern und wenn ich etwas Neues machen muss, kann mich das schon nervös machen. Für Purba ist es die letzte Hüttensaison in Tirol, zumindest im Rahmen des Sherpa-Projekts. Nach drei Sommern ist Schluss, damit auch andere die Chance bekommen, diese besondere Erfahrung zu machen. Ich habe schon mit der Schöpfung in Tirol, die ich habe, auch mit der Schöpfung in Tirol. In der Hüttensaison, wenn ich nicht die Musikbeidee habe, die es nicht so nervös sind, werden die Menschen nicht so lange nicht so lange nicht. Die Menschen sind gerade nicht so lange nicht so lange, die Menschen nicht so lange nicht so lange. Was Hüttenbewirtschaftung betrifft, hat Purba in Tirol viel gelernt. Mit seiner buddhistischen Gelassenheit hat er auch viele Freunde gewonnen. Kultureller Austausch auf der Hettinger Alm, zwischen Buddha-Bild und Handy-Movie. Younger Bruders, everybody is from my old family is there. So, the women are more happy than the men. Yeah, they are more happy, they smile more. Auch am Taschachhaus neigt sich die Saison langsam dem Ende zu. Und es bleibt Zeit, um gemeinsam auszuspannen. Zum Beispiel in der hütteneigenen Kletterhalle. Das ist eine 6 Minus. Zum Aufwärmen. Zum Aufwärmen nicht einfach. Ich habe zuvor noch nie vom Klettern gehört. Klar, Klettern am Everest und so. Aber dass man das auch in einer Halle lernen kann, das war einfach nie Teil unserer Kultur. Das war nicht unsere Kultur, bevor. Ja, jetzt, geh, aui! Jetzt geh, geh, aui, hopp, aui! Trotz aller Freundschaft zwischen Hüttenwirten und Epalesen wird es auch immer kulturelle Unterschiede geben. Sie neigen sogar dazu, nächstes Jahr nicht zwei Nepalesen zu nehmen, sondern fünf Nepalesen zu nehmen. Nur gibt es halt da irgendwo die Grenze, wo man einfach haben, diese sprachliche Barriere, die es da gibt, wo man da einfach auch aufpassen muss. Also man kann einfach, also der Kesha und der Krishna, die kann man mittlerweile überall einsetzen. Aber neue Nepalesen oder Nepalesen, die sind einfach nicht überall einsetzbar und das braucht, und da gibt es einfach auch Leute in Nepal, die zu uns kommen, die weniger geeignet sind für die Arbeit, die wir da machen. Also auch diese Erfahrung haben wir auch schon gemacht mit Nepaleseen. Man konnte es jetzt nicht nur alles durch die rosa Brille sehen. Auch die Brüder machen sich keine Illusionen über die unterschiedlichen Motive für die europäische Hilfsbereitschaft. Es ist wichtig, Hilfe von anderen Menschen zu bekommen. Aber manche dieser Menschen, die in Hilfsprojekten arbeiten, die tun das nur für das eigene Ego. Und wenn sie sagen, wir helfen den armen Nepalesen, dann ist das Propaganda. Dieses Projekt hier und besonders Wolfgang Nayert, das hilft uns Nepalesen wirklich. Es wäre für mich unmöglich, hier eine Arbeitsbewilligung zu bekommen. Auf legalem Weg hätte ich keine Chance. Und sollte ich es trotzdem versuchen, ohne Genehmigung, dann werden sie mich suchen und einsperren. Jetzt habe ich die Gelegenheit, mit Medienleuten zu sprechen. Anders würden unsere Ideen und Gefühle niemals nach Europa kommen. Nach vier Monaten auf der Pforzheimer Hütte rückt auch für Lakpa der Abschied immer näher, mit gemischten Gefühlen. Ich habe jederzeit Gelegenheit, mich mit irgendjemandem zu unterhalten. Oder ich telefoniere mal oder sende ständig Leute da nicht. Aber für sie ist es einfach von der Sprache her sehr schwierig. Wenn da irgendwo ein Witz gemacht wird oder eine lustige Runde ist, da habe ich schon das Gefühl, dass sie da ab und zu froh wäre, wenn sie auch wieder daheim wäre oder wenn sie da auch jemanden hätte. Für Lakpa war der erste Sommer nicht immer ganz leicht. Doch nächstes Jahr wird das HMW schon etwas weniger sein. Am Anfang war sie furchtbar schüchtern und hat sich auch nichts sagen getraut und nicht reden getraut. Und mittlerweile geht es total gut. Jetzt kann sie auch schon...